Hallo, mein Name ist Daniel Paulus, Produktmanager für die Marke ErgoFit. Wir stehen hier an unserem Krafttrainingsgerät der Vektorlinie. Highlight dieser Linie sind die einfache Handhabung, als auch ein einfacher Einstieg für unsere Trainierenden. In Kombination mit dem innovativen Highlight bietet es für die medizinische Trainingstherapie, als auch für das medizinische Fitnesstraining einen absoluten Mehrwert für Ihre Einrichtung. Vielen Dank.